moin moin hier ist wieder der bitcoin beobachter und der bitcoin preis geht immer noch weiter nach oben man kann hier oben so ein bisschen sehen da gibt es einen kleinen einbruch aber es bewegt sich jetzt derzeit schon wieder weiter nach oben mal sehen ob das noch ein bisschen so weiter geht das ist natürlich die große frage es ist im vergleich zu gestern also jetzt die letzten 24 stunden zurückblickend noch mal wieder 0,4 bis 0,5 prozent angestiegen ja und aktuell sind wir bei 23.120 dollar für einen bitcoin das ist weit mehr als ich für dieses jahr noch erwartet hatte und ja man kann annehmen möglicherweise eine neue ära des bitcoin beginnt gerade möglicherweise hat das auch ein bisschen was mit corona zu tun dass jetzt einfach crypto währungen speziell der bitcoin für viele anleger erstmal interessanter ist man muss natürlich abwarten wie das sich weiterentwickeln wird ich könnte mir vorstellen dass tatsächlich der preis irgendwann demnächst wieder nach unten fallen wird vielleicht auch ein größeres stück aber ob sie nur um 2000 dollar abwärts geht oder um 5000 oder vielleicht sogar 10.000 das ist wirklich denke ich im augenblick schwer vorherzusagen dann ja fakt ist der bitcoin selber es wird ja immer schwieriger den bitcoin zu meinen weil diese so sogenannte bitcoin halfing so dafür sorgt dass immer weniger bitcoin pro tag oder pro jahr je nachdem wie man das rechnen will neu entstehen können da gibt es immer eine halbierung von einer bestimmten anzahl an coins die geschürft wurden und ja je weiter sich dieses fortentwickelt steigt auch der wert des bitcoins werden vor einigen monaten vor zwei monaten glaube ich ungefähr ein solches hafen und ja jetzt wie gesagt neue bitcoin investoren groß investoren sind dazu gekommen das alles scheint jetzt so ein bisschen den preis ganz schön in die höhe zu treiben aber man muss sich trotzdem fragen ob es nicht etwas überbewertet ist bzw wie lange das vertrauen in diesen hohen preis auch einfach bestehen bleibt da gibt es bestimmt noch schwankungen ich werde das weiter beobachten im moment sieht es auf jeden fall erstmal super aus also haben wir noch ein vorweihnachtliches bitcoin geschenk bekommen sozusagen ja ich wünsche euch einen tollen tag und bis zu meinem nächsten video sage ich dann mal tschüss auf wiedersehen